Die Entscheidung getroffen, ich habe mich an euch gehalten, mehr oder weniger. Ihr dürft ja entscheiden, was passiert und was nicht passiert. Ich konnte ja nicht gucken, Gags. Ja, also hier. Ist ja nicht mein Problem. Gags, ich war arbeiten. Also noch einmal. Schaust dir auf YouTube die Tage an. Schaust dir auf YouTube die Tage an und fertig. Dann geht es schon. Dann geht es schon. Dann geht es schon. Dann geht es schon. Nix her ist auch so nassäuerlich. Ich habe mir vorhin eine natural-vegetarische Bolognese so be... Okay. Aha, diese Dinge und Getreide-Burger sind lecker, außerdem esse ich keine Ersatzprodukte. Richtig so, du machst es, du machst es gut, Lara. Spannte ist dann mal sehr, sehr komisch hier. Spannte ist dann mal sehr, sehr komisch hier. Komische Sachen hier. Wieso musst du es gleichzeitig nutzen? Du brauchst doch Redcore gar nicht nutzen hier. So, damit haben wir das Spiel zweimal durchgespielt, außer ein Kapitel nicht. Ja, die schafft es Spiel auch hier. Die schafft es Spiel auch hier, bestimmt. Move mich mal. Da muss ich dich ja ertragen hier. Keine Ahnung, ob es noch geht hier überhaupt. Nee. Ich kann gar nicht mehr mit dem Mikrofon sprechen hier. Hm, macht er gar nichts? Nö. Siehste? Geht grad gar nicht. Bei mir geht der Song grad gar nicht über dieses komische Ding. Eingang. Achso. Achso. Ah. Jetzt wird es wieder gehen. Hallo? Hallo. Oh mein Gott, der Kappa. Kappa. What the heck? Kappa. Kappa live im Stream, hey. Willkommen. Motherflower. Ich weiß, ich muss aus dem Stream muten, Alter. Ich nur schon wieder so wie ein Beklopter. Kein Alkohol im Blut. Voll schlimm. Du klingst immer so bescheiden. Ich weiß, ich krieg richtig Kack hier. Ich brauch ein Mikrofon. Voll das kleine Kind hier, hey. Ich weiß. Voll kaputt, Alter. Das ist schlimmer als ich im Stream. Ich will gar nicht wissen, wie du real klingst. Ich mach es aus ethischen Gründen, aber ich will nichts mehr essen, was so schmeckt. Vor ein paar Monaten habe ich geträumt. Wow, geträumt hast du. Geile Sache. Ich würde Hühnchen essen. Wow. Der Traum. Hühnchen essen. Ich weiß nicht. Hab es richtig geschmeckt. Ich bin mir sicher, dass ich das nicht will. Ich weiß gar nicht mehr, was Träumen ist, ey. Das ist voll schlimm bei mir. Ich komm nicht in die Tiefschlafphase. Ich träume nicht. Was ist Schlaf? Lol, ich träume gar nichts. Und ich mag Herz auf dem Geschmack. Ja, sei froh, dass du nichts träumst, Spanty. Also, wenn man Spanty ist, dann kann man nichts gutes träumen hier. Gleich mal ein Disney Zuschauer, oder? Hahahaha. Jetzt seh. Ih, voll das Call of Duty Kitty. Ja, echt mal voll das Call of Duty Kitty. Echt mal. Das ist ja die Boys. Doppelgängers. 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 Eric Zyklkl Thomas. Check me out, was sind das für Namen, ey. Die Follow-Block Permabander wegen diesem NFS. Kein Problem. Kein Problem. Ich kann schon Pupsi blocken. Kein Problem. Guck mal machen, Pupsi. Ich kann schon Pupsi blocken. Alter, ernst. Nichts gegen COD, Alter. Und nicht Spaß. Ich spiele auf PC, der weiß was COD ist, ey. Ich hasse es für übel. Ich spiele W.O.W. Alles vors Rort. Achso, du meinst... Alter, W.O.W. Ich vergrößte es abgelaufen. Ach, COD nicht W.O.W. Achso. W.O.W. ist sowieso kacke. Hat doch alles seine Daseinsberechtigung da. Und ich spiele wieder W.O.W. Alles vors Rort. Echt, Mann, wer redet da die ganze Zeit? Irgendein Motherflower. Voll schlimm, bestimmt. Ich muss jetzt eigentlich Spiel wechseln hier. Also bei der Nette habe ich jetzt... Mach mal morgen, da habe ich jetzt keine Geduld. Ach, was bist du denn? Auch wegen meiner Hand. Nee, fahren kann ich jetzt auch nicht. Hand tut weh. Linke Hand tut extrem weh hier. Voll die Krämpfe hier. Ooooooh. Ach mal Gags. Voll Muskelkater. Oder voll... Was sind denn das für Namen? Schaut doch mal im Stream die Namen an, Leo. Was ist die Namen, Alter? Wer soll es denn ziffern? Ja nee, wenn dann... Wenn dann... Das oben wieder weg ist, dann nur noch die Namen dann. Das ist gar kein Schwarz mehr. Nur noch Namen hier. Jetzt dann siehst du es. Bestimmt... Bestimmt Geheimcode. Musst du nur entziffern. Du darfst dich nicht zu lange anschauen, sonst wirst du hypnotisiert. Pupsi, weißt du was du bist? Du bist schon Kevin. Weißt du das? Kinder schmecken lecker, ja. Kinder schmecken echt gut. Muss ich schon sagen. Deswegen werde ich halt mal kurz meinen Mound fahren einfach. Scheißegal. Ein paar Minuten. Weil fahren kann ich jetzt gar nicht wegen Handbeiner. Mach mal morgen, würde ich sagen. Ist jetzt hier nachts nicht so toll. Gags macht sich mit der Linken. Ja nee, nee, nee. Also das kommt vom Scheiß fahren und schalten, hey. Dick 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 dick. Immer vom 8 und 6 runter. Ich hab da... Bei der... Bei den Pullschlager dann. Da hab ich gekrampft. Direkt an der einen Adler. Die ist total versteift. Ich solltest zum Arzt gehen. Die ist total versteift. Arzt. Jetzt wollte ich grad irgendwas sagen über Jack Norris, aber der kam nicht. Oder über dich. Gags macht es sich freier wie Jack Norris. Okay. Kevin ist kein Name. Ist eine Diagnose. Hier im Endstadium. Pupsi alter lüg nicht. Du bist ein Kevin. Das weiß jeder hier. Ah, Errungenschaften. 6 von 7 hab ich freigeschaltet beim Spiel. Noch ne Runde. Ich muss auch anschauen. Wieso? Was fehlt denn? War aber ernst geil. Was fehlt denn da überhaupt? Ich hab hier noch einen Alan Wake Key. Also wenn jemand einen Alan Wake Key haben will, schreibt mich mal an. Cool, dann kann ich ja spielen. Cool, hab ich nie gezockt gespielt. Das ist... Ich wusste gar nicht, ob das Spiel draußen ist überhaupt. Das haben sie ja so lange verschoben. Vielen Dank. Sehr nett von dir. Ich hab ja dieses PC Games Hardware Abo. Und da sind immer Spiele dabei. Und spiel diese Spiele nie. Deswegen hast du keine Ahnung vom Computer. Ah. Oh ja, ja. Nimm ich auch, Alter. Geht den... Geht den X980 ist voll gut? Voll der Diss gegen PC Games Hardware. Voll der Diss gegen PC Games Hardware. Und Spaß. Und ich hab direkt drauf, die Typen. Sind sie ja auch. Aber ich mein doch... Und du verstehst das halt nur nicht. Das soll ich eigentlich gar nicht sagen. Ja, ja. Ich weiß schon was du meinst. Ich... Ich blätter das mir mal durch. Und schau was die... Die schreiben. Wenn mich das interessiert, lese ich so. Wie bei jeder Zeitschrift. Ist das ein Horrorspiel, Alan Wake? Das ist Horror-Survival-Action-Kack-Game. Mit Sam-Max-Axis. Dann kann ich sie mal spielen. Im Stream, oder nicht? Und mich dann aufregen, wieder Rage quitten hier. Also... Tun wir mal schnell das... Das Mount farmen hier. Alter, nein. Ist das grad dein Ernst? Wie, oh, wie? Ist das grad dein Ernst? Ja, klar. Es steht doch im Titel oben. Zwischen... Und im Facebook. Zwischen doch einloggen Mount-Farm. Aber... Wer hat's denn Facebook, Alter? Twitter-Best? Da hab... Da hab ich's auch hingeschrieben. Musst du nur lesen. Okay, das lese ich auch nicht. Musst du nur lesen, Vilon. Oder Uschi. Oder was auch immer. So. Ja, wie gesagt. Ich versuch seit sieben Jahren, dieses Mount zu kriegen. Mir ist eigentlich scheißegal. Aber das war das erste... glaub ich, fliegende und reitende Mount. Und das war ganz cool. Ich send dir den Mann in... Dauert. Kannst du auch hier schicken. Per Ding oder nicht? Direkt. Per Weltcall. Wo willst du's bitte schicken, Alter? Okay. Ich hab's verumständlich. Ich weiß, wenn du Tee auf 2. Du hast und dich auf 1. 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 Verumständlich. Ich glaub's für dich umständlich ist. Geht doch um das Ergebnis hier. So. Ja. Ja. Für alle, die nicht wissen, was es ist. Das World of Warcraft. Und... It's for the heart. Und... Ist ein Halloween Event. Ist es jedes Jahr. Seit BC, glaub ich. Weiß nicht, ob's davor war. Und da droppt ein Mount. Ich hab's schon gebufft. Weiß ich gar nicht. Es dauert nur paar Sekunden. Ich hab's dir ein Raid voll geschickt. Merci RC. Das ist, glaub ich, der über 5 Gigabyte hoch. Das hat's nicht groß, ey. Mal schauen. Mal anschauen hier mal. Mal privat durchspielen. Wenn's mir gefällt, zeig ihm's. Bis in 2 Tagen dann. Ja, ja, ey. Der D.K. macht aufm Kopf das Ding. Als aufm Kopf interessieren würde. Alter, und es passt wie das WoW abgefuckt aus. Siehst du dich ja nicht aus. Kennst lauter irgendwelche Tasten. Und du denkst dann nur. Hä? Warte. Was drückst du da? Ne, meine nicht. Das. Ich hab mir ja mal gerne, ähm. Guild Wars 2 hab ich ja viel gesuchtet. Alter, da war das nicht so kompliziert. Aber WoW ist ja richtig. Aber nicht so schlimm wie, wie dieses, äh. Am Arsch. 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 Tut mir leid. Oh, you play well? Yeah, actually I'm farming. Ja, ja. He is, ähm. Headless. 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 Horst in the mountain. Was heißt gefährdet auf Englisch? Was? Was heißt gefährdet auf Englisch? Also so ziel. Gefährdet. Du hast in Amerika geliebt. Du hast in Amerika geliebt. Denkst du nicht? Dennoch weißt, das ist ein Unterschied zwischen Ami und Englisch und Englisch. Was schlimm. Schau mal, ob es droppt, droppt es jetzt hier und? Nein, es ist nicht getroppt. Okay. Zum Glück, Alter. Also ich schätze mir auch nicht, dass es droppen will. Deine arme Maus. So, bist du arm dran, Lara, oder wie? Zweite Mal. Das finde ich gar nicht. Ja, jetzt klar. Gex kriegt seine Maus kaputt. I never played it. It's awesome. I played it for like, äh... Wie lange habe ich es gespielt? Eight or nine years. Danke, Spann. Also, ja... Gülder 2 ist richtig geil. Ich habe es aber seit, glaube ich, fünf Monaten nicht mehr gespielt. Was mich einfach aufgeregt hat. Weil die Gülde, unsere Gülde sich aufgelöst hat. Also bist du weit nicht, sag mal. Da bekommt man wieder richtig Lust, wieder anzu... Ja, mit dem Addon fange ich wieder an. Ich habe ja September 2013 Pause gemacht hier. Und jetzt geht es weiter mit dem Headless Horseman. Ich habe hier nur die Pandas gespielt. Nur die Pandas. Die fand ich am besten. Man kann doch kein Panda spielen. Das geht doch gar nicht. Ich verstehe nicht, wie man Panda spielen kann hier. Ist doch voll fail hier. Ich habe mit dem Panda angefangen, Alter. Ich habe Panda dann gesuchtet. Du bist auch so ein Panda. Siehst du, sage ich doch. Lara ist weiblich. Oh mein Gott. Ein weibliches Wesen. Was ist das? Tanegil, die heißt Hanks Obama. Ja.